Kurioser Einbruchalarm Mittwochabend bei einer Bank in Landeck in Tirol. In diesem Fall handelt es sich aber nicht um Kriminelle, die es auf Geld abgesehen hatten. Vielmehr wurde der Alarm durch einen Autounfall ausgelöst. Eine L-17-Anwärterin war aufgrund eines Missgeschicks mit einem Pkw regelrecht in die Filiale gebrettert. Exakt um 19.15 Uhr wurde bei der Bank in Landeck der Einbruchsalarm ausgelöst. Bei der Polizei rüstete man sich wohl schon für einen größeren Einsatz. Als die erste Streife am Tatort eintraf, dürften die Beamten zunächst ihren eigenen Augen nicht getraut haben. Es wurde festgestellt, dass ein Pkw eine 4x, 2x8 Meter große Scheibe der Glasfassade gerammt hatte und erst in der Bankfiliale zum Stillstand gekommen war, berichtete die Exekutive. Ein großer Polizeieinsatz, geschweige denn eine Fandung, waren dann aber zum Glück nicht nötig. Im Zuge der Erhebung vor Ort stellte sich nämlich heraus, dass es sich um einen Verkehrsunfall handelte. Unfallursache war ein Missgeschick, dass einer L-17-Anwärterin passiert war. Beim Einparken vor der Bank dürfte die 17-jährige Pkw-Lenkerin das Gas mit dem Bremspedal verwechselt haben und das Auto stieß gegen die Glasfassade der Filiale, heißt es von Seiten der Ermittler. Die Fassade wurde zertrümmert, der Wagen massiv beschädigt. Die 17-jährige Lenkerin sowie ihre Mutter auf dem Beifahrersitz kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Die 17-jährige Lenkerin sowie ihre Mutter auf dem Beifahrer verwechselt haben,